Diese hier zum Kauf angebotene renovierungsbedürftige Zwei-Zimmer-Etagen-Wohnung befindet sich in Neuss, Rheinkreis. Das Objekt wurde 1972 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 48 Quadratmetern beläuft sich der Kaufpreis dieser Etagenwohnung auf 35.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. Untertitelung des ZDF, 2020